Rake me, delicately, grant me my broken bones, don't think twice, it cuts like a night, silence sticks and stuff. Back in ETV! Servus und grüß euch bei Balcony TV, wo ich seh, heit hier bei mir auf Malkon sein Sorrow Down. Servus Jungs! Servus! Was spielt ihr für uns? Wir spielen heute von unserer Ausschnitt B Until May. Ok, dann bitte, take it away! 2 2 3 5 3 4 4 5 5 6 I'm over here, come take my hand, I'll have faith in you You'll never know, just how it is, I believe in you Oh, why would you leave when you're loving me? Let us wait on to me, I beg you baby don't walk away Now I will do what you say, yes I swear Collective hearts will never break, yes I trust in you But what if I don't wanna stay, what if I say no, 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 no Oh, why would you leave when you're loving me? Let us wait on to me I beg you baby don't walk away Now I will do what you say, yes I swear I'm on a difficult road I wanna know Keep it straight on the ugly path Until me I wanna walk the hard way I wanna know Keep it straight on the ugly path Until me Keep it straight on the ugly path I want you to leave when you're loving me I beg you baby don't walk away Now I will do what you say Yes I swear I swear Yes I swear I will do what you say Thank you That was Until May, a song of your current EP What do you get here to hear? Alternative Rock And that is a bit harder Okay You are outside and outside and fern And the combo of sorrow down Is not so old How have you found it and when? We knew we were a while We made many different projects And we thought Okay We will do something new And give it to us Since last year But in October We started the first time with Proben So far You are of course You are of course On the way Live on the screen To see Where will you get next? I have now In September A quite intensive time Where will you get next? Where will you get next? We have already planned We have already planned But in the next time nothing fix Our Termine We find out on sorrowdown.at Okay Okay, nur mal kurz zurück zum Song, Until May. Wir haben schon mal drüber gesprochen, es ist ein eher, wie ich es gesagt habe, ruhigeres Stück von eurer aktuellen EP. Worum geht es dabei? Also, gehen tut es eigentlich um ein Liebespaar, kann man das so sagen? Also, gehen tut es eigentlich hauptsächlich um die gewisse Problematik, wenn in Beziehungen das nicht ausgewogen ist, dass einfach einer von den zwei Parts in der Beziehung eigentlich immer das Oberwasser hat und der andere eigentlich hinten nachhängt. Und der ist durch das eigentlich ziemlich verzweifelt, der andere Part, um das geht es in dem Song. Und vielleicht erwähnen wir noch kurz dazu, dass wir über den Winter zu diesem Song ein Musikvideo drehen werden, ein weiteres. Apropos Video, außer diesem Video gibt es noch ein sehr schönes zu dem Song Masks. Zum Sehen, also klickt euch ein bisschen durch auf YouTube und dann sage ich Dankeschön, Anenk, Sorrow Down. Danke auch. Und Dankeschön, Anenk, fürs Anyklicken und bis zum nächsten Mal bei Bellconi.tv. Wo ich gesehen? Ciao. Anenk, fürs Anyklicken und bis zum nächsten Mal bei Bellconi.